We are flying to Jakarta. Diesmal mit Family. Das ist Mika´s erster Trip international. Sehr unbüro. Ich werde auf der Modest Fashion Week wieder filmen. Ich bin wieder sehr gespannt. Ich bin zum ersten Mal in Indonesien. Ah, ich bin auf der Start gespannt. Bleibt dran. So Leute, Mujan Films in Jakarta. Wir sind gelandet. Wir sind so excited.